Ja Freunde, kurzes und knackiges Video hier an diesem wunderschönen Freitag, wo auch der Eurojackpot gezogen wird. Ihr habt es im Titel schon gelesen, die Abverkaufsfrist für mehr als 25 Gramm Verpackungen, das heißt 200 Gramm und ein Kilo, wurde verlängert vom Bundesministerium. Auf Shisha-Journal, ich verlinke euch das mal unten. Könnt ihr nochmal alles nachlesen, das heißt 200 Gramm Dosen dürfen weiterverkauft werden bis 30.06.2023. Was bedeutet das für dich oder auch für mich? Ich als Shop-Betreiber und ich als noch Klardenkender finde das jetzt okay geil, weil die guten Sorten, Darkseid, Massive, Aquamanta, was weiß ich für geile Sorten oder was ihr feiert, die werden trotzdem nicht mehr hergestellt. Also man kann die Much-Sorten, die eh keiner kauft, noch sechs Monate länger versuchen zu verkaufen, aber die guten Sorten, die jetzt schon seit einigen Tagen und Wochen komplett ausverkauft sind, die kommen halt leider nicht mehr wieder. Von daher ist es an sich ganz cool, dass man ein halbes Jahr länger abverkaufen darf, aber was bringt es, wenn die geilen Sorten, die jeder feiert oder die die Masse feiert, eh nicht mehr da sind. Von daher gibt es von mir so einen 50-50-Daumen hoch oder einen mittleren Daumen für die Abverkaufsfrist. Es geht auf jeden Fall weiter für die Shops, das heißt bei mir im Shop könnt ihr weiter die 200 Gramm kaufen, was halt noch da ist. Ja, das ist bei Darkseid zum Beispiel Nuss, was richtig geil ist. Ja, das war's schon von den News, Freunde. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Falls ihr ein Euro-Check-Pod heute knackt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann sehen wir uns einfach die Tage wieder. Kuss geht raus. Schönes Wochenende. Haut rein, euer Schmidi. Peace.